Was ist das denn hier? Großen Aspen bei Segeberg Das ist eine Tischlerei Großen Aspen Finterspielplatz Falten wir mal an hier Und weiter Die B Großen Aspen Heute ist er 9.6.2012 2012 Du sauer Händen Wapsat Okay Hier U-Bett-Fahrer Schöne Kirche Ist da Na Jetzt auf dem komischen Torf Habe ich in Osteuropa immer gesehen Habe ich in Osteuropa immer gesehen So eine Arten Und Kirche Mit den Dächern Habe ich in Osteuropa immer gesehen Ja jetzt ganz schnell hier Habe ich überhaupt Habe ich überhaupt Habe ich Habe ich Habe ich Habe ich Schade Habe ich Habe ich Habe ich Habe ich Ja Das ist. Ich ..... Das gehört auch noch dazu So, dann fährt ein Pony. Tja, das war's jetzt.